30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen Richtig geil Ja man Mit Ansage, dann ist der nicht mehr so witzig Ja das stimmt Ich hab auch noch selben Scheiß drauf Wenn du auf ein privates Thema zufällig kommst Ja gut, aber jetzt Also wir gehen mal davon aus, dass wir jetzt nicht von deinem Vaginalkrebs reden Aber äh Ich hab mal mit Lothar aufgenommen oder so, dann der so gleich Ja, also wir spielen hier gerade Bot und äh ja Wir haben schon sehr starke Lane Kommt und wirklich Also, es war einfach nur so ein Arsch die ganze Zeit, gegen wen spiel ich eigentlich gerade Guck den Blubafund Guck den Blubafund Guck den Blubafund Sascha, was hält sich jetzt mal den Bild Oh man Das Bild ist hart Oh nein Wer ist schon hart? Wer support? Also erstmal hier Oh Ich war ja das Irgendwie Alter, jetzt fängt der schon wieder an mit seinem Schiff Alter für Mann Was los? Ja, der wird sein Feiern Sascha Blick soll ich irgendwas Ich hab' nicht zu können, was hab' ich grad klabert Ja, ich feier das Das hab' mir grad klabert Das hab' mir grad klabert Ja, deswegen Er feiert es, dass er nicht zuhörst, weißen So Oh, schon wieder ein CS verkackt, Junge Ich feier auch recht viel Bleib weg von deinem Glaub Es ist ein Osttage, Weihnachten, Ostern Oh geil Ostern, nein Geil, da feier ich auch Irgendwann schlägt dich den Namen auf Lulus, ich feier immer Ostern Was ist eigentlich dieses mit dem Lulus Pfeile und dem ganzen Scheiß, der da irgendwie unter der Beschreibung steht Das hab' ich nicht geschnallt Darf ich grad Ja, da steht manchmal unter irgendwie dem, unter dem Status Lulus Pfeile oder so Was ist der mit dem Slow oder sowas drin hast? Hä, was für'n Ding? Wenn den Slow oder irgendein Buff von der drin hat Nein Nicht das, sondern Manchmal steht es irgendwie in der Beschreibung von, in der Freundesliste drin Dein Plan Bei deinem Bruder steht irgendwie auch Lulus Pfeile Dann gibt's noch irgendwie andere so'n Scheiße Ja, so'n Bullshit drin schreiben Oh, Junge Jetzt soll, kann ich mal ein bisschen ordentlich spielen wieder Runterm Tower lassen ist echt nicht schön Junge, was soll der eigentlich Hör mal auf damit, blöde Tower Ey, ganz ehrlich, manchmal wünsch mir echt, dass man den blöden Lastet von diesem Tower ausschalten kann Boah, ich hab' die gleich sogar Boah, ich hab' echt Bock auf Josef Jungles mit Blitzcrank Da hab' ich echt grad Bock drauf Alter, wie ich hatte bis ein und die Chor Mich die Lastet gerade verkackt Ja, fling dich einfach her, du blöder Spaß Der weißt du, der kann sich, der kann sich einfach heilen, man, das ist echt übertrieben, dieser blöde Spacken Welcher? Ja, Zack Hast du nicht irgendwann noch gesagt, dass du dir überhaupt nicht okay fühlst? Ja, aber irgendwie kann der den spielen scheinbar Ja, das ist mit passiven, die halt ich dann genauso viel wie deine Attacken kosten Ja, sogar mehr Das heißt, der Eichigkeit ist auch nicht Der bleibt auf dem genauen selben Level Ne, ich glaub, der fällt sich ein Prozentsatz von seinem Vier Prozent und jeder seiner Attacken außer die Ulti kostet vier Prozent Ich hab' eigentlich recht nice gemacht, hat mir voll quallen Wir waffen nicht und bereit Finde ich voll dumm Ja, Sascha, genau Ja, genau Alles wird wieder gut Hoffentlich Scheiße, ich glaube, wir brauchen noch voll rein Die Menschen mit der Weiße Westen kommen gleich und dann helfen sie dir da Oh, Jungs, das ist jetzt noch besser, das müsst ihr euch einfach anschauen, wenn ihr mal tot seid Das ist einfach genial Das könnt ihr was von meinem Computer wieder löschen Das soll ich nicht auf meinem Computer haben Eigentlich, weil's man nicht löschen, ich darf man nicht löschen Könnt ihr's eigentlich nehmen Einfach mal anschauen Wieso, wieso darfst du das nicht auf dem Computer haben? Wieso sollte ich's dann auf dem Computer haben? Du solltest mal anschauen Schau dich mal das Zeug an Das ist richtig billig und richtig schlecht, aber ich find's irgendwie witzig Passt dazu Und das Ganze natürlich live Jaaaa Down Alter Geht doch Du Behinderter Mit deinen hässlichen Blarlads, Alter Ich dachte, ich sterbe jetzt an den Creeps Aber ich hab's überlebt Captain Demo Und noch rein Schuss Jaaaa Ja, klar Jetzt hör mal auf hier, Mann Mit den Doppelkills Ja, geil, geil Ich feier das Halt endlich Den Rand Halt einfach nur den Rand Köpfe Ich glaub, ich schläg dich ins den Tod, wenn du zurückkommst Ja, bist du Brudi Brudi, Alter Ganz ehrlich, Mann hast du dir irgendwie Haftbefehl-Videos in Kanada angeschaut oder irgendwas sinnvolles hast du ja nicht gemacht, anscheinend Nö, definitiv nicht 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 Alter, Torben, jetzt hör mal auf irgendeinen Scheiß da immer zu schicken Schau's dir doch mal an, Sascha Ich kann's mir gar nicht anschauen, ob ich am Killen bin, ich bin beschäftig Was wir jetzt machen, wurde ich halt mal gekillt, aber ich hab noch einen Kill rausgezogen, also Ey, Küppi, ich komm mitte ganken, ne Brudi Ok, die Lulu ist so tot Brudi, ich komm mitte ganken Frankfurt, Brudi Ok Bist du ready? Warte, lass mich hier die Dingens machen Brudi, Brudi Was ist los? Jetzt kann er auch von uns Kinen, können wir den mal ein bisschen, hä? Können wir den mal vielleicht Der gibt, der Mist, ich weiß nicht wo er hingeht Der Mist doch nicht Ich tipp der, sie hol sich gerade Bluboff von denen Oh ne, der hat probiert nicht zu snipen, aber ne Ok, warte, ich hol mir meinen Rudi, was los? Jetzt wird's kriminal Ok, lass rein gehen Warte Warte, sobald er näher kommt Du, du gehst dann drauf, ne, mit deinem Stun Ja Sag mir dann Bescheid Warte Oh, Junge, du Scheiße Geh rein Was? Nein, das gibt's nicht Oh mein Gott, Leute Oh mein Gott Junge Warum hat der Taubi mich gekillt? Was macht der für damage? Was gilt der? Alter, warum hat der Taubi mich noch gekillt? Das gibt's nicht Epic Fail Warten Scheiße Warten 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 Jetzt Warten Bye 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 Nee, oder? Nee Hast du FLASH Hast du FLASH Hast du FLASH Toil Ey, Junge Der überlebt doch nicht Ach, der Sprint? Nein Von Tod Verrückter Ging jetzt noch ein Go Und Lüge kommt auch noch weg Nice Und jetzt kommt Lulu Links 2,3,4 Loll, ich weiß nicht, wieso sie mich gerade nicht gesehen. Wahrscheinlich Knock-Ultier, aber das macht keinen Sinn. Alter, das war doch einfach nur gerade Fail von der, oder? Hat die mich gerade am Leben gelassen, oder? Hä? Ich weiß, ihr nicht wert. So, ich glaube, ich hol mir mal ein. Voll der niedrigen Tier. Muss ich dir mal zeigen, dass du es wert bist. Mach mal ein Pentacle. Dann wollen sie sich auch gönnen. Was? Ich glaube, der ist doch AFK, der Sek, oder? Geiler Port. Ich glaube, ich wollte, ja, ich dachte, das wäre ein Bait. Das war ein Bait. Der wollte, dass wir den so hucken und dann so. Ja, ich wäre aber fast gestorben. Ich kann es ehrlich glauben, dass ich ihm das Bait nicht mehr gehört habe. So asozial. Ich habe die bekommen. Ja, ich weiß, aber ich wollte es eigentlich gönnen. Ich glaube, Blubuff, Blubuff, bei uns. Okay, ich bin jetzt so gut wie da, hier, da fast an. Und wenn diese jetzt hier auch noch reinhaut. Ja, die ist das Ananas, ne? Ich feiere das. Habt ihr das nicht genommen? Ich feiere das, Leute. Alter, der Killsteal, der war auf dem Silbertablett serviert, man. Keine Ahnung, die zu nehmen müssen. Nee, ich wollte es nicht. Ich habe mir gedacht, ich spare mir lieber alles, falls sie flash. Junge, chill doch mal. Alter, was macht denn hier so für einen Schaden, man? Oh, ja. Internet weg. Ja, scheinbar schon. Egal, vier gegen fünf. Oh, easy go. Ich werde die Gegend aussehen. Ja, und dann geht es schon Dauer-Dauern-Fail. Juhu, das war einfach ein schlechtes Timing, das. Warten, mal schau. Sind die Mist in der Mitte? Oh, oh, der, der Küpi, Küpi, du Hörnzinn. Lass ihn durch den Pilz laufen. Nein, nein. Vater, lass mich die Blaulets. Lass mich wenigstens eins der Blaulets. Die Kill ihn nicht, Kill ihn nicht, Kill ihn nicht, Kill ihn nicht. Du hast doch schon ein Timing, Blaulets. Achso. Pass auf. Da ist es. Loll, loll, loll. Ich brauche Energie für mein Flitzen. Ich überlebe. Ich überlebe. Oh, das war ein gut bespät. Warhol, danke, dass du sie durch meinen Schrums durchjagst. Hey, ich hab, ich hab, diese Säcke ist bei auch durch ein paar von deinen Schrums gelaufen. Ja, sehr gut, Küpi. Sehr gut. Dank Gott. Ja, bist wirklich ein braves, Küpi, ne. Bis ein braves, bis ein braves, äh, ganz braves. Ja, find ich geil, find ich geil, ich feier das. Du stirbst. Der setzt seine Ulti und du tot. Toast. Ich sag's. Ey, du, das gibt's nicht, ein Schuss mit 90 HP. Die dumme Hurenschwuchtel, muss man schon so sagen. Ja, ja, weiß ich genauso, die dumme Hurenschwuchtel, genau. Ja, was auch gut gezogen hat. Ja, ich habe noch das bekommen. Hm. Luxerre 4. Hallo, die können wir jetzt nicht mal hier ein bisschen finishen, ne? Also wir haben jetzt ein bisschen lang genug rumgezogen. Sollen wir nicht mal hier wissen, sollen wir nicht mal hier wissen, sollen wir nicht mal wissen unsere realen Skills shown hier, wäre doch mal ganz nice, oder? Mit Josen, ich mache das vollgewinnen, glaub ich. Ja, ohne Josen können wir's auch gewinnen. Nicht, dass wir Josen nicht bräuchten, aber... Aber wir können auch ohne Josen gewinnen. Ich war halt, äh, dann wär's nicht recht schießen. An dem Sport schon Bashed Shot sind ich auch scheiße, die Tech Speed. Ihr wisst schon, dass wir das jetzt gewinnen müssen, ne? Ja, Standort. Oh, Jungs. Oh, Jungs. Jungs, wenn wir das nicht gewinnen, dann ist unsere Ehre verweckt. Ey, die über mir gerade Pink hochgeschossen ist. Achso, ja, gut. Er geht, er geht. Wie viele sind bei euch gerade in der Mitte? Zwei. Leute, ich pushe einfach top durch, oder soll ich bitte kommen? Mir egal. Das wollte ich eigentlich gerade hier machen. Kommt auf anderem, wie wir die Gegner sind. Wie wär's denn? Spiegel AD oder AP? Wer? Du. Sag mal, bist du zu faul, Tab zu drücken, oder was? Schon irgendwie. Oh, AP. Oh, hier ist ein Lulu, pass auf! Greifen an, greifen an! Ich muss, ich muss bis rankommen. Das ist doch ne Sie. Na egal, ich feier das. Das ist doch ne Sie, dachte ich. Ihr seid tot. Na egal. Das gibt's nicht. Bye, bye. Das wird so bockig, ey, ich will den Mongo töten. Okay. Alter. Ich hasse das Spiel. Also jetzt, das Spiel. Scheiße. Das Game. Bye, bye. Das ist mir schön negatives, das. Nur weil die Hurend sind. Allesamt. Hurend. Ja, mit Sascha. Ja. Allesamt hat sie prostituiert, ey. Geht's. Puh. Geh's schon. Ja, die greifen irgendwie, die bleiben die ganz im Team zusammen. Wir sollten auch mal was probieren. Vielleicht keine Spiel. Ja, wir haben uns hier gegen fünf dann. Keine Spiel. Ich bin mir am Anfang mit 19, 16, jetzt immer auf dem 19, 19 Runde. Stimmt. Wir haben keinen Geld gemacht in der ganzen Zeit. Irgendwie total traurig. Köpi, ich kann mich rüberflashen und dann können wir uns den Kill bashen. Kleine, ich muss fortschen hier. Lass ihn in deine Pilze reinlaufen oder so. Ja, Jungs, geil. Bitteschön. Feier das. Ich mach jetzt grad nix, wenn meine Oli nicht. Oli ist ready. Wie er dich zerlegt hat. Hey, Bruder, es war Glück. Sorry, der hat grad mal einfach nur geil ausgesehen. Ich konnte mich nicht mehr rechts sehen. Ja, doch. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab den nicht mal hochgeklickt. Wartet. Wartet. Scheiß, die Barons dealen oder was? Ja, geil. Wie ist das? Fack. Das sind grad alle, Alter. Foss. Juckt. Juckt. Mich juckt das. Wieso? Ich find das nicht geil. Ja, ich find das nicht geil. Pass auf, die stirbt an diesen Pilzen, die geilen, ralligen Dinger da. Boah, die hab ich da richtig reingekackt, ne, in die Büsche. Die gehen jetzt nicht mehr across the map, die ganzen Attacken, also wird schon recht sinnlos. Geh, du stehst mir in Greep. Hab ich da rasch die aus, ja? Ich rasch gleich aus. Ja, ich glaub auch, du. Oh, jetzt hör doch mal auf, man. Du hast doch eh keine Chance gegen die. Wieso? Ich hab den Xerif fast gekippt und die Jaina hab ich. Das hab ich auch immer hingekriegt, der hat dann auch einen Schuss gehlt bei dem Anahe. Haha, du Opfer. So ein Negger. Das krieg belastend. Der eigentlich stirbt und das andere Team war einfach nur, haha, du Opfer. Das ist auch so ein bisschen. Nein, der hat den Xerif dann auch gekippt. Oh, okay. Ich feier das. Okay. Bah, han, boah, du Opfer. Ist ja gerade unsere Team-Moral mal aufgefallen, dass die irgendwie nicht so ganz brillant ist. Ach, Quatt, unsere Team-Moral ist doch voll geil, wir feiern. Wir feiern das gerade. Übel. Voll hart am Feiern. Feier Haar-Hart. Was klar warst du euch für eine Scheiße? Ganz ehrlich, Alter. Immer das Gleiche mit euch. Ja, schaut euch mal den Säck an. Was ist mit dem? Was ist mit dem falsch? Ja, Alter, der brennt und eigentlich ist der flüssig, also ich verstehe das auch nicht. Das macht keinen Sinn. Nee, Brudy. Die hochauflösenden Texturen, Leute. Die hoauflöselnden Feier-Texturen. Wow, pass auf, hier ist so ne... Ja, ne. Der ist hier so... Ne, 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 ne... Ne, 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 ne. Ich fang's allein an jedem. I die Affen. Ich hab einen Gegner getötet, Freunde. Easy, next. Leute, auf geht's. Wir haben jetzt gerade eine Chance. Diesmal krieg ich den Rap auch. Hier, schaut euch mal diese Lulu an. Ja, die ist tot. Bye, bye. Sauber gemacht. Ich kann eigentlich feiern das. Würde es mich belasten, wenn ich die Lulu, ne? Uh. Der hat dich gerade beinahe erwischt. Ja, das hätte mich nicht gekillt. Alfie Hardcore. Scheiße, Alter. Junge, jetzt stirbt nicht. Nein, so knapp. Haha, du läufst auf den Filz. Du würdest mich belasten. Die Blobs. Wir haben ihn und bereit. Geil. Wow. Vorsicht, da kommt noch so ein Spacken angerannt. Wow. Ja, was anderes hab ich nicht erwartet. Ich verstehe das. Wieso wird Höllenzepter als Offensive Item angegeben? Ich find das so voll das, eigentlich so voll das Defensive mit der Magic Resist und so. Oh man, die Schwimmen sind einfach so geil. Was ist denn die Schwimmen? Nein, die Schwimmen sind... Oder? Oder? Köpi, hier ist ein Kill. Schau doch mal hier, der Kill. Schau dir mal an. Was der Kill alles kann, ja. Ah, du bist tot. Wirst dich belasten. Sorry, Köpi. Alter, ich schätze mehr. Ja, sorry, Mann. Alter, die hätte dich gekillt. Ja, ich glaub auch. Jetzt müssen wir mal durchpushen, Mann. Mach mal zu dritt, Baron. Wie wär's, wenn wir einfach mal das Spiel gewinnen? Komm, das ist ja easy go. Ah, du könntest mal am Leben, ja gut, dann killt den Mann. Oh, da, ich bin tot. Oh, da, ich bin tot. Ja, da, ich bin tot. So ein Spacken, wieso macht der so viel Schaden? Gibi. Lass ihn hier reinlatschen, der ist tot. Bye, bye. Zack, wurde geniebelt. Ja, das war wirklich genial von dir, Sascha, wirklich genial. Ja, das kriegt den gegen die Wand, sorry. Jetzt stirbt's. Boah, wer der jetzt noch gestorben, hey. Oh, shit. Komm schon, schieß ihn weg, Mann. Hey, der hat der Barrier. Oh, nice, jetzt push durch, push durch. Oh, nice. Sascha, push durch. Ich probier's ja. Ja, mach hin, Alter. Du hast nicht viel Zeit. Wo? Das Zeitfenster ist zu kurz, Neo. Hardcore. Jetzt mach jetzt. Einmal nur. Los. Blattsekret, hau rein. Das heißt Blutsekret. Ist egal. Kann man schon im deutschen Raum unterwegs sind. Eier scheiß Tower. Was, ein Eier scheiß Tower? Wie darf ich das verstehen? Eier und Scheiße in nem Berg, oder was? Ja. Ja, genau. Komakiffer, wir spielen gegen Komakiffer. Das wusste ich gar nicht. Geil, geil, feiern was? Hey, das ist wahrscheinlich in Australien. Genau. Da hab ich halt nicht mal getrunken für die ganze Scheiße, die ich glaube, ich hab's also keine logische Erklärung dafür. Leute, die haben keinen AD Carry, die müssen wir zerlegen. Alter, wie gewinnt. Das ist geil. Slow, bitch. Das ist renn, motherfuckern, renn, renn. Ich fick dich immer wieder so, als würden wir uns kennen. Sag mal, wir machen auch diese keine Beats, keine Beats, keine Beats. Ja, ist gut, Alter. So, nimm, ich bin aber ja noch in die Blitz. So, ja, super, schon wieder Orakel verkackt. Jetzt push durch, ich will das gewinnen. Alter, wir haben die Kraft zu tun, Alter, fegt. Ja, und ich sehe den ganzen Screen immer nur grau. Was soll das eigentlich? Die Gegner werden bald erkennen, denn sie können nichts... Sie können nicht erkennen, dass wir jetzt gewinnen werden. Uns hat sich nicht verloren. Kennen. Den Scheiß-Kennwitz schon gedreht, das letzte Mal schon. Scheiße. Oh, ja, wir haben verloren. Weg, weg, weg. Ich bin jetzt als erstes tot, das ist schon mal gut, übrigens. Fuck, wie es mich gerade zerlegt hat. Ich bin jetzt schnell. Na, Tommy, nice. Komm, Tommy, das packst du auch. Yeah. Oh. Tommy, warum war ich nicht weg im Lager? Weil ich wollte den Kill mir holen, scheiße. Los, Blitz-Rank! Gewinne! Nein, nein, weil es ist nicht so gut. Gut, wir haben verloren. Ach man, 26 Sekunden, du bist dann wieder da und ownst. Sie kommen, Sascha, du schaffst du. Ja, das war mein Sascha Auto-Position-Bar, weiß. Sascha, 19 Sekunden, das kriegst du hin. Übel. Bei mir ist es bloß noch 15. Ja, 15 Sekunden, 13, das kriegst du hin. Wir gewinnen das jetzt, pass auf. Geh rein, hol den Ulti rein und dann zack, bin ich wieder Tor. Wir turnen die Tables, auf geht's. 50 Minuten, geh. Ja, los, 3, 2, 1, los, geh rein, los, auf geht's. 3, 2, 1, meins. Hol sie dir, Brauner, hol sie dir. Der war voll auf Lulo drauf, oder? Ja, hol sie dir, ist doch egal. Ja, gleich mal wegrennen, Alter. Was bist du für eine Pussy? Geh rein wie ein Mann. Übel, ich halte sich voll mein Ulti gewastet. Ich könnte jetzt komplett nichts machen, einfach nur mich viel zu langsam. Oh, genius. Ja, ich habe halt so Probleme. Was? That was 5v5? Nein, was nicht? Ist er dumm oder so? Kann er nicht zählen? Ist ja egal. Ich glaube, der will einfach nur, dass wir jetzt schon mit dem schreiben. Wer? Haha, wie bitter. Läuft der in Schwum durch, wird sich belasten. Oh Gott. Ich rede schon wieder. Ja, das kann man ja auch nicht anders, wenn das die ganze Zeit. Zeit sagt, oder? Guter belasten, das ist eigentlich schon voll alt. Bye bye. Schon seit Jahren gesagt. Bye bye. So ein Opfer. Ha, Spaß. Ey, Küpi, du kannst nicht mehr Opfer zu ihm sagen. Kann man nicht am rausgefunden, dass Eklos heißt das. Ja, der Tower zählt ja als Champ, genau. Dass ich hier viel, dass ich ihn vermissen würde, wenn er weg wäre. Das heißt Opfer. Küpi. Können wir dann später mal die ganze Zeit. Ey, Sascha weiß, was er geschrieben hat. Dass, 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 dass ja der Tower als Champ zählt. Ja, klar. Ja, klar. Ist ja immer so. Also ich würde auch gerne Küpi gegen Tower eintauschen. Klar. Wer nicht. Wir wollen den sowas von stehlen. Bye bye. Oh, da ist der Ding. Da oben. Gut jetzt. Der hat so gegen die Wand geknallt. Damit hat es sich jetzt dann aber auch. Vorsicht, da kommt einer von der anderen Seite. Schaut mal hier. Du hast noch nicht gehört gekriegt. Nice. Easy come. Easy go. Nein, 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 nein. Yeah. Rum, rum. Weil Babus wissen, wer der Taubo nicht. Babus wissen, wer der Babu ist. Heal mich, heal mich, Lifestyle, heal mich. Heal mich, heal mich, heal mich, heal mich. Geil. Leute, wir haben Ace. Ja, dann erst mal. Lass mich auf, ich muss mich euch heilen. Jungs, ich muss mich dann selber auch heilen, Alter. Ja, ich weiß. Jetzt beim Enten können wir schon irgendwie genial. Über die Leichen und so. Ich zweifel, dass wir jetzt Enten können, aber naja. Warum nicht? Gut, jetzt haben wir aber wieder volles Leben. Ich hab gehört, die macht uns viel und so. Ich hab vorhin den geilen Button und da steht drauf, Canada, ey. Da steht drauf, that was easy. Okay, das ist einfach was Prügelhaar, aber irgendwie uns geil. Ja, das ist richtig geil. Jungs, beim Elexker, ich weiß gar nicht, was ich mach. Du bist tot. Oh, Mann, wie so ein Genius, Alter. Ja, Köpi, geh halt rein, wie unnötig. So unnötig, ich bin mir jetzt so unfassbar gelaggt. Kommt halt nix mehr auf. Oh, ein Lul hat. So wenig Leben. Also, ob ich das immer noch kommen muss. Geil, ich hab's genau assist. Wofür hab ich jetzt assist bekommen? Seh ich nicht, ne? Oh, wobei. Oh, du bist tot. Ja. Bye, bye, bro, you're dead. Los, holt sie euch, diese blöde Lulow. Ja, die kann euch noch viel machen. Jungs, direkt Counter-Attack. Nein, Mann. Du musst gerade bloß wieder zurück ins Lager, mich heilen, aber danach... Nein, weil wir sind gerade im... Das ist ganz kürzer Weg, ich muss mich ernsthaft schnell heilen. Ja, die können doch hier einfach... Die können einfach backdownen und wir haben verloren. Ja, dann... Nee, können sie nicht. Dann können wir pushen. Dann killen wir die halt vorher. Präventivschlag. Nein, ich hab meine Rüte nicht gesetzt. Scheiße. Scheiße. Warum haben wir jetzt alle weg? Weil alle wenig... Geil. Die sehen dich doch. Nee, können jetzt nicht mehr. Nooil. Alter, die Miss Fortune haben ich gerade so unfassbar weggenommen. Was sind die für Items? Geil, das ist die einzig... Mann, der rennt in den Pilz. Die Infinity-Dinger, die mich geholt. Die Hure. Knapp. Ey, das... Oh, ich stelle euch mal vor, wenn ein scheiß Jose da wäre. Oh mein Gott. Alter, ganz ehrlich, das wäre so gewonnen. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Sollen wir machen? Aber ich glaube, wir breiten sich gerade drauf vor. Nee, wir gehen auf Zack gerade Bord. Wir jagen gerade Zack. Okay. Geil. Okay, Baron. Oder? Sollen wir enden? Nee, ich doch. Enden ist besser, oder halt? Oh, wir wollen Baron machen. Wir wollen Baron machen. Egal, lass doch einfach pushen. Scheiß doch drauf. Wir können die da doch total easy killen. Nein. Schau doch mal meine Leben an. Oh. Links, zwei, drei, vier. Wenn wir Miss Fortune sehen, einfach drauf gehen. Die berät alles für Miss Fortune, weil die killt und sowas von. Geil. Oh, scheiße. Die das gerade gefetzt hat. Ey, Jungs, 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 Jungs. Miss Fortune ist am Boden zerstört. Ach so. Alter, wie schnell der Flash gerade war. Ist ja hart. Nein, der Munger hat mich gekillt, weil ich ihn nicht gegen die Wand gekriegt habe. Killt den, killt den. Ah, fuck. So, ich def gerade, ne? Ich habe tatsächlich... Fickte den. Nein, never ever. Ignite, 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 Tötetel. Nein. Ja. Das ist so geil. Der ist gerade weggekommen. Warte, jetzt können wir den... Geil. Loil, so ein Opfer. Sack. So ein Opfer. Würde mich belasten, Jungs. Oh. So ein Spaß. So gut. Scheiße, Leute, ich habe keine Mana. Ich kann euch nicht helfen. Ja, super, Freunde. Oho. Wir haben verloren. Ja, gut, ihr ist denn weggekillt. Scheiße, war das gerade schnell. Komm, killst du noch schnell kriegen, wenn du das ist. Sauber. So, Leute. Hey. Hier. Irgendwas hat mich da gerade voll instant weggefetzt. Ja, seid ihr eigentlich dumm oder so? Wohin geht ihr? Wir haben noch diesen Xerath. Ja, ich habe keinen Mana. Ja, dann komm mit deinen Auto-Attacks. Schnell, das ist Zack. Deine Auto-Attack-Metsch hier noch voll rein. Schnell, 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 schnell. Ja. Der owns uns beide, glaube ich. Was? Ich glaube, ihr wenigstens. Alter, du hast noch voll viel Leben und Raps. Also, auf der... Ja, ha, 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 ha. Nein, der überlebt. Jetzt killt dich wie ich auch, die Kleinen. So, mit dem du machst das fast, ja. Noll. Alter! weiter mach endlich dieses Spiel fertig man meine Festplatte ist gleich voll was wie kochst du es jetzt ernsthaft ist so brudi meine Ansage ha hallo boah ich geb dir kein Erlaubnis das im Internet zu stellen der Liga kann er könnte das interessiert mich ein Scheiß aber klag ich dich nicht das ist nicht du das ist Saschas der böse Zwillingsbruder von Sascha boah Junge wir müssen echt mal jetzt zum Ende kommen jetzt Baren warte warte hier kommt gleich ein Kill jawoll jajajiii nj warte 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 0 Oh, das gibt's nicht. Oh, shit. Ich konnte mein Sohn erst nicht setzen. Wir haben verloren. Schade, aber die waren schlecht. Ist so, Brudi. Halt's Maul, Zack. Finally. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.